So, hi, wie geht es dir? Okay. Okay. Ich verstehe dich da total. Okay. Und mit deinen Ohren ist da alles in Ordnung? Ist besser geworden seit dem letzten Mal? Ja, ist wieder schlimmer geworden. Okay. Welches Ohr genau? Das rechte Ohr. Das rechte Ohr. Also, du hast da immer noch dieses Taubheitsgefühl, ja? Und es zieht sich vom Ohr ein bisschen zur Nase. Und du hast das Gefühl, du kannst dann nicht so gut hören. Also, das hängt ja alles auch zusammen. Deswegen spürst du auch hier diese Verbindung, die sich dann einfach so taub anfühlt. Das ist ganz normal. So, das letzte Mal warst du hier vor zwei Wochen. Okay. Und das hat sich seitdem gebessert, oder ist es gleich geblieben? Es hat sich etwas verbessert. Okay. Sehr schön. Ähm, ich schau mal ganz kurz. Nein, 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 nein. Mach dir da bitte keine Gedanken. Und googeln ist wirklich nicht dein Freund, was das angeht. Da steht so viel Mist. Quatsch. Mach dir da bitte gar keine Sorgen. Das kriegen wir heute in dem Jahr. Wir machen heute mit dir eine professionelle Ohrenreinigung. Und danach solltest du wieder hören wie neuer. Bitte nicht immer alles googeln, was im Internet steht. Und alles immer so negativ nehmen. Wirklich. Das ist wirklich schädlich. So. Ähm. Alles klar. Ich hoffe, du hast genug Zeit mitgebracht. Ähm. Für die Behandlung. Ich schaue mir erst mal deine Ohren an. Ja. Und sonst. Wie läuft's sonst bei dir? Schwierig momentan. Weißt du, was ich heute Morgen gelesen habe? Dass ich gute Momente, Glücksmomente immer nur kurz anfühle. Weil man an diesem Gefühl so sehr festhängt. Ja. Man will nicht, dass es weggeht. Und genau deswegen geht es auch immer schnell weg, weil man da so versucht, daran festzuhalten. Wohingegen Tragödien oder schlechte Momente im Leben, ja. Schlechte Ereignisse. Da will man schon, dass es schnell weg geht. Und genau deswegen macht der Verstand das nicht, ja. Und es fühlt sich an, als wäre das Ganze unüberwendbar und total schlimm. Weil man sich einfach in so einer Spirale, ähm, befindet. Und der Kopf einfach einen ausdrückst, ja. Man darf sich da wirklich nicht reinsteigern, egal, was gerade bei dir los ist. Ähm. Weil man sieht, dass automatisch in die Länge tatsächlich, ja. Das ist nun mal so ein Phänomen, ähm, dass wenn man es nicht haben will, ja. Dass es genau dann noch viel extremer ist, ja. Es ist nämlich so, wenn du ein Problem hast, dann hast du ein Problem. Wenn du das Problem nicht mehr haben willst, dann hast du automatisch zwei. Also, Akzeptanz ist wirklich das Beste, was wir uns tun können. Und tun können, ja, für unsere mentale Gesundheit. So. Schauen wir mal jetzt. Du kannst die Situation immer noch doof finden und alles. Aber einfach nur, damit du mit dir Ruhe schließen kannst, ja. Und kein Gefühl ist für immer, dass wir drauf reingehen. So. Dann wollen wir doch mal sonst das gesunde Ohren anschauen. Das sieht eigentlich alles super aus. Sehr schön. Perfekt. Lass mich noch kurz die Sensorik testen, ja. Und wie ist das? Sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann testen wir auch das andere Ohr, ja. Kannst du mich hier gut hören? Nicht so gut. Okay. Fühlt sich an, als hättest du viel Schleim im Ohr. Das ist wahrscheinlich, ja, eine gute Ansammlung von Ohrenwachs und Dreck. Also nichts Schlimmes, ja. Das kriegen wir heute aus. Ja, ja. Ich merke schon. Ja, ja. Ich merke schon. Ich schaue mir selbstverständlich auch bei dem anderen Ohr auch an, ob sie da nicht Dreck oder sonst was verbinden. Ja. Ja. Entschuldige bitte. Ja. Und so einen alten Computer, der wird jetzt mal wieder gerne laut, ja. Heizt sich auf bei diesem warmen Wetter. Gefällt ihm hier auch nicht so wirklich in der Praxis. Ja. Wäre auch lieber hier irgendwo am Strand. Du bist hier, aber hier auch in der Praxis. Er ist. Ja. Du bist normal. Du bist normal. Du bist normal. Du bist normal. Das war alles super. Da müssen wir wirklich nichts machen. Hier komme ich, glaube ich, mit den Ohrstäbchen gar nicht weit. Da werde ich zu einem anderen Gerät greifen. So. Okay, dann wollen wir doch mal versuchen, den Schleim rauszubekommen, oder was auch immer das ist. So, das funktioniert damit ganz gut. Ja, schau mal. Das bringt dir easy, ja. Bam. So. Sehr schön. Schau mal, das alles haben wir schon rausbekommen. Du kannst jetzt wahrscheinlich auch viel besser hören, oder? Passt so gut wie hier. Alles sogar gleich gut. Sehr schön. Okay, nun, ich glaube, da befindet sich noch was drin. Deswegen schau ich mal. Ja, was ich noch so benutzen kann, damit wir ein bisschen tiefer in deinem Ohr gelangen können. Okay, jetzt habe ich drei verschiedene Tools. Die sind alle harmlos. Ja. Dann wollen wir doch mal gucken. Okay. Erstmal natürlich wieder die Seite. Also. Okay. Hier. Da steckt tatsächlich auch ein bisschen tiefer. Ja, das habe ich gerade nicht gesehen. So. Wollen wir das Ganze mal entfernen. Falls es unangenehm wird, sollte es sagen bitte Bescheid, dann gehe ich sofort auf. Ja, schau mal, was ich da rausgeholt habe. Ja. Das war alles in deinem Ohr drin. So, dann wollen wir auch mal mit der Pinzette ein bisschen intensiver eingehen. Also, hier. Einiges, einiges war noch da. Ja. Jetzt machen wir das andere Ohr. Da nehme ich an, dass da ein bisschen mehr dabei rumkommt. Erstmal wieder mit der Schere. Ganz oberflächlich. Schon ein bisschen abhängig auf jeden Fall. So, sehr gut. Und dann auch wieder mit der Pinzette. Für eine tiefere Reinigung. Reinigung. Perfekt. Ist nicht wenig. Gut. Das wird besser. Das wird besser mit der Zeit. Mit der Zeit wird es besser. Lass mich dein Gehör testen. Ja. Es ist jetzt erstmal alles raus. Ja. Das Gehör muss sich erstmal wieder daran gewöhnen, normal zu hören. Ja. Aber es sollte alles raus sein. Und jetzt haben wir noch einen Gehör testen. Und dann werden wir noch einen Gehör testen. Und dann werden wir noch einen Gehör testen. Eine Technische Technik. So. Und dann testen wir jetzt nochmal dein Gehirn. Ja. Also, einmal diese Seite. Und einmal die andere Seite. Hört sich gleich an. Das ist sehr schön. Das war am Anfang noch nicht so. Perfekt. Ich habe hier noch ein weiteres Testgerät für die Ohren, ja. Da möchte ich, dass du ganz genau hinhörst und mir sagst, ob du eine gewisse Differenz zwischen dem einen Ohr zu dem anderen Ohr noch hast, ja. Ob das da irgendwie noch unterschiedlich ist, okay? So. 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 Ja, im Vergleich zu diesem. Ja, okay, sehr gut. Wunderbar. Wir machen noch einen weiteren Test, um ganz sicher zu gehen, dass wir alles gereinigt haben. So, erstmal das eine Ohr. Und im Vergleich dazu das linke Ohr. Sehr gut. Das freut mich. Das freut mich sehr, dass wir deine Ohren... ...so gut es geht, ja, sauber bekommen haben. Und du jetzt wieder normal herrn kannst. Das ist sehr, sehr schön. Einen letzten Test habe ich noch für dich. Okay, bereit? Ja. Merkst du deinen Unterschied vom einen Ohr zum anderen, oder nicht? Ja, es kann von Geräusch zu Geräusch variieren, dass man das eine Geräusch gleich gut hört, aber dass das andere Geräusch andere Höhen hat, andere Tiefen. Und dass diese Frequenzen ein bisschen schwieriger sind zu hören. Vielleicht kannst du auch gerade unsere Mitarbeiter oben hören. Ja. Ja. Oder Stimmen, aber konzentriere dich auf das Blubackereich. 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 Ja, sehr schön. Dann bin ich froh, dass wir deine Ohren hinbekommen haben. So. Sehr schön. Alles klar. Dann freue ich mich, dich hier mit diesem neuen Gehör das Haus verlassen zu lassen. Und ich wünsche dir wirklich ganz, ganz viel Spaß damit. Wenn du magst, können wir auch einen Kontrolltermin ausmachen für in zwei Wochen, ja. Um zu schauen, ob da alles gleich geblieben ist oder ob sich das hoffentlich nicht wieder ein bisschen verschlechtert hat. Aber selbst wenn, ja, es ist alles möglich. Natürlich, wir kriegen das alles hin, sonst kommst du einfach immer wieder und wir machen die Ohren sauber. Ja. Es ist nichts Schlimmes. Manchmal muss das sein. Okay, in zwei Wochen. Wie wäre es um 10 Uhr? Passt dir das? Um 10 Uhr. Okay. So, dann habe ich dich eingetragen. Und, ja, mache dir nicht so viele Gute. Okay. Wir sehen uns in zwei Wochen. Und bis dahin, mache dir eine schöne Zeit. Gut.